Musik Irgendwie gehört damit zum Kult. Wir haben ja damals angefangen mit der Neujahrsreinigung vor einigen Jahren. Da drängen sich so einige Kollegen um die Neujahrsreinigung an für sich. Ja, wie sieht das aus? Alle haben eigentlich Bock und man muss sie dann fast sagen... Man muss schon fast Kollegen zurückdrücken. Musik Ja, ich habe es vorher die Jahre auch gemacht. Das war das erste Jahr, was ich dieses Mal nicht so geknallt habe. Aber ansonsten, die Jahre vorher habe ich auch selbst Raketen losgelassen, Böller losgelassen. Einfach Zeit gehabt. Musik Musik Wenn die Arbeit erlicht, ist klar, ist man stolz darauf. Der Aufwand ist ja doch mehr wesentlich. Mehr Dreck, mehr Flaschen, mehr Silvester-Raketen-Zeug und so weiter. Das ist ja erlichter. Teilweise lassen die Leute auch blaue Säcke liegen. Das ist ja nicht so, dass sie teilweise bewusster werden. Aber sagen wir mal, der Aufwand ist wesentlich größer als sonst. Und klar ist man stolz, anschließend wenn man die Arbeit erlicht hat. Und wenn man die vorgegebene Strecke wieder in Ordnung gebracht hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.